Aufgrund der Fußball-EM 2024 wird die Bundespolizei ab sofort Kontrollen an den deutschen Grenzen durchführen. So sollen Gewalttäter schnell identifiziert und gestoppt werden, um ein friedliches Fest zu gewährleisten. Die Grenzkontrollen werden bis zum 19. Juli 2024 stattfinden. Die Kontrollen erstrecken sich auch auf die Grenze zu den Niederlanden. Es muss ein gültiges Ausweisdokument mitgeführt werden, wobei der niederländische Führerschein in Deutschland nicht als offizielles Ausweisdokument gilt. Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland findet dann am 14. Juni in München statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017